Ich bin gerade auf dem Flughafen angekommen und habe meinen ersten Celebrity überhaupt getroffen. Es war Marshall von How I Met Your Mother. Er saß draußen und hat gerade eine geraubt. Wir haben uns ganz kurz unterhalten. Aber dann habe ich ihn natürlich immer Ruhe gelassen, weil wir sind ja jetzt nicht so groupie-mäßig unterwegs. Und jetzt warte ich auf Julius. Mal gucken, wann er kommt. Ich habe ihn schon angerufen und kontaktiert und ich denke, er ist auf dem Weg. Na, mal schauen.